Moin und herzlich willkommen und so heutiges Thema, was sind Prompts und warum sind diese so wichtig? Prompts sind kurze Texteingaben oder Anweisungen, die einem Chatbot wie ChatGPT gegeben werden können, um eine bestimmte Antwort oder Aktion auszulösen. Ein Prompt kann beispielsweise aus einer Frage oder einer Aussage bestehen, auf die der Chatbot reagieren soll. Prompts sind für die Nutzung von ChatGPT und anderen Chatbots von entscheidender Bedeutung, da sie dem Chatbot signalisieren, was er zu tun oder sagen soll. Prompts sind in gewisser Weise der Ausgangspunkt für eine Konversation mit einem Chatbot, da sie die Richtung und den Kontext für die Unterhaltung vorgeben. Ein Beispiel für ein Prompt für ChatGPT könnte beispielsweise aussehen, kannst du mir ein gutes Restaurant in meiner Nähe empfehlen? Beispielsweise könntest du dann auch noch Nähe ausformulieren, beispielsweise sagen in einer bestimmten Stadt oder so, ansonsten würde dich wahrscheinlich fragen, was wäre denn deine Nähe oder wo möchtest du denn gehen hin? Der Chatbot würde dann mithilfe von maschinellen Lernen und Sprachverarbeitung eine Antwort generieren, die auf der Eingabe basiert. Insgesamt sind Prompts ein wichtiger Teil der Nutzung von Chatbots wie ChatGPT, da sie die Interaktion zwischen Mensch und Maschine erleichtern und die Qualität der Antworten und Aktionen verbessern können. Sie ermöglichen eine gezielte und effektive Kommunikation mit Chatbots und verbessern die Benutzererfahrung. Deswegen werden wir uns auch ganz häufig dem Thema Prompts widmen, was ein Prompt überhaupt ausmacht, wie dieser Prompt aufgebaut ist. Hier siehst du beispielsweise mal ein Beispiel, dieses Prompting, also das ist dann der Befehl, das ist der Input des Ganzen, der sagt zum Beispiel, fasse mir einen Text zusammen oder generiere mir beispielsweise ein Gedicht oder gib mir eine Liste von verschiedenen Dingen, so wie wir eben auch gehört haben in dem Beispiel, sag mir ein gutes Restaurant in meiner Nähe und das ist dann der Input. Es ist schon ganz entscheidend, wie du diesen Input beispielsweise formulierst. Du könntest ihn zum Beispiel fragen, in dem Beispiel war jetzt, wo hatte ich es denn dort, kannst du mir ein gutes Restaurant in meiner Nähe empfehlen? Nein, so und theoretisch würde er dann sehr generell die Empfehlung machen, würdest du das Ganze jetzt aber etwas spezifischer machen? Es kann auch sein, dass er dich natürlich nochmal nachfragt, was du denn beispielsweise essen würdest, aber du könntest dann zum Beispiel sagen, könntest du mir ein gutes italienisches Restaurant in meiner Nähe empfehlen und dann Nähe, wie gesagt, auch nochmal ausformulieren, dann wäre das schon eine viel bessere und deutlichere Anfrage, also ein viel besserer Prompt. Und du siehst, der geht dann rein in dieses Large Language Model und dann ist der Output dann wirklich optimalerweise das, was du dann hier gesagt hast, beispielsweise, dass er eine Zusammenfassung macht, dass er zum Beispiel Keywords extrahiert oder sonstige Dinge. Hier nur einmal schon mal ein ganz kurzer Ausblick oder eine kurze Vorschau, so ein bisschen, was das Ganze so ausmacht, das ist die Anatomie von einem Chair-GPT-Mega-Prompt. Also das lernen wir definitiv auch und dann siehst du dann hier verschiedene Dinge, die auch in dem Text vorkommen. Wir werden uns dann auch nochmal die Texte ansehen. Da geht es zum Beispiel oben drin, dass er eine Person simulieren soll, beispielsweise, dass du ihm sagst, du bist ein Lehrer und du musst deinen Schülern erklären, dann kommt die eigentliche Aufgabe, dann kommt einmal noch so eine Unterteilung, was sind die einzelnen Schritte, um diese Aufgabe abzuschließen. Dann kommt beispielsweise nochmal der Kontext, dann unten noch einmal das Ziel und dann kommt auch nochmal der Format Output. Also wie möchtest du es haben, beispielsweise könntest du ihm auch sagen, dass er dir etwas in einer Tabelle geordnet wiedergeben soll oder dass er dir beispielsweise einen bestimmten Befehl geben soll oder dass er dir beispielsweise auch etwas in Code in einer bestimmten Programmiersprache ausgeben soll. Das war es von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Viel Erfolg bei der Nutzung von Chair-GPT.